Derweil an der höchstgelegenen Höhle. Die Caverne an der Flanke des Vulkans befindet sich an einem besonders instabilen Bereich der Insel. Die Höhle steht kurz davor einzustürzen und von der Decke regnet es wohl ständig Steine und Stalaktiten. Wenn du dann mit einem Jumppack direkt vor der Höhle landest, kannst du langsam und vorsichtig hineingehen, immer mal wieder regnet. Das ist etwas, die du dann mit einem Handschuh beiseite wischen kannst. Für einen Magos Biologus oder Magos Geomanten ist das sicherlich ein bisschen anstrengender, aber der kann das nicht alles mit seinem Panzer Handschuh beiseite wischen. Du musst laut den Anzeigen in deinem Helm 500 Meter tief in die Höhle hinein und ihn dort platzieren. Ja, dann gehe ich mal dort hinein. Ich versuche da vorsichtig rein zu gehen, um halt jetzt nicht irgendwie in die Höhle noch dazu zu bringen, jetzt einzustürzen. Okay, dann brauche ich bitte drei anspruchsvolle, also plus nuller Ausweichproben von dir. Drei anspruchsvolle Ausweichproben? Genau, drei Stück. Die Rüstung kann das. Ja, ja, Ausweichen habe ich gesteigert auch. Von daher sieht das schon mal gut aus. Du hast Ausweichen gesteigert. Echte Männer nehmen den Treffer einfach. Deswegen steigert man ja Sound-Constitution. Einmal geschafft. Den chippe ich. Die 19, die 8 und die 97. Die 97 ist natürlich ein neuer Wurf, den kannst du auch nochmal schicken. Den kann ich nochmal chippen. Ja, geschafft. Alles klar. Ja, der Imperator ist mit dir, fast wärst du in die falsche Seite gesprungen. Allerdings hast du so ein kurzes intuitives Ziehen. Die Space-Wolf-Gefühle bringen dich eben davon ab, dass du dann doch den falschen Schritt in die falsche Seite bringst. Und der Imperator wacht über dich, sodass du den einem oder anderen Felsbrocken, der dann von unten runterkommt, ausweichen kannst. Du fängst an zu laufen, zu rennen und tauchst und hechtest hinab und stehst dann an genau dem Punkt, den der Margos Geomant für dich festgelegt hat. Ja, das Paket dorthin platzieren, weil ist ja soweit alles eingestellt. Und einmal kurz umgucken und dann wieder zurück. Und raus würde ich tatsächlich sogar schneller gehen, um wahrscheinlich das Modul ein. Ja, dann könnt ihr alle erkennen, während Bruder Tortal als letztes seine Sprengladung abgeliefert hat, dass der Zeitpunkt von den ehemals 8 Minuten runtergeht auf 6 Minuten. Ja, würde sowieso schon runterzählen, aber jetzt, wo alle an Ort und Stelle sind, könnt ihr jetzt auch wieder das Knacken und Rauschen vom Geomanten-Quetz halt hören. Alle Sprengpunkte wurden markiert. Ihr habt das Bollwerk gerettet. Ihr bekommt die Informationen. Negativ. Meine Sprengladung ist noch nicht exakt platziert. Ich benötige Hilfe, Brüder. Ich komme runter. Ich bin selbst hier ein wenig im Bedrängnis, dieser Stall und das ist dann etwas schwieriger zu erklimmen, als runterzukommen. Ich bin auf dem Weg. Ich verfluche mich innerlich dafür, dass ich mir meinen Mund ein Moment lang der Ruhe gegönnt habe und ab geht's weiter. Was sagt die Uhr? Dann gib mir nochmal bitte eine Pilotwurf, damit du aus dem Wasser nach oben dich schießen lässt. Einmal genau über den Vulkan rüber, vorbei in eine Lundestation, dass du wieder ins Innere des Vulkans... Ich habe noch einen Chip und den brauche ich auch. Wir machen uns spannend. Warte, ich kann mir einen Erfolgsgrad hinten rauskaufen, oder? Ja, ja. Nachher. Ist das in Deathwatch so? Ich glaube, du kannst ihn dir nur kaufen, wenn du es geschafft hast. Dann kannst du einen zusätzlichen Erfolgsgrad kaufen. Das ist möglich. Ich habe jetzt keinen Bock nachzublättern, also würfeln wir einfach neu und hoffen aus Weste. Aber vielleicht hast du ja auch einen Bonus bekommen. Das reicht. Mit 48 Geschicklichkeit. Das ist ja keine schwierige Probe. Ah, das ist ein ziemlicher Wartersprung. Mit 48 Geschicklichkeit reicht mir die 47. Ah, okay. Du hast es um einen Punkt geschafft. Ein Punkt ist ein Punkt. Ja, du zündest, lässt das restliche Wasser aus deiner ganzen Servo-Rüstung abtropfen. Es dampft hinten raus. Ja, genau. Gerade wenn du dann über den Gipfel des Vulkans dich wieder reinfallen lässt, der Schwefel dampft dir den Gegenstück. Du kannst auch schon sehen, wie da dort Bruder Gabriel steht. Hat sich wohl an eine knifflige Position manövriert. Du siehst auch den Zünder, wie er dort tickt und tickt und tickt. Und kannst dann neben ihm auf einer brüchigen Plattform landen. Hier seid ihr also. Nimm mal eine Hand. Hier, Bruder. Es ist außerordentlich schwer hier auch zu kommen. Danke, dass du hier bist. Dann versuche ich ihn irgendwie... Kann ich ihn greifen und nach oben ziehen oder muss ich dafür auch nach unten? Ah, ich würde... Wir haben das Seil noch. Wir haben das Seil noch. Ich rech ihm das Seil an. Das Stahlseil? Okay, ihr verhakt das Seil. Und du kannst ihn nicht ganz ziehen. Du kannst ihn nur nicht... Es ist ja 40 Meter und wenn ich es ihm runterlasse, dann kann ich ihn... Und er sich hochzieht und ich an ihm hochziehe. Dann sollte das mit unserer Staggärfembolie drin sein, ohne dass wir irgendwie Jumppacken müssen. Okay, gut. Dann erleichtere ich dir die Kletternprobe um 30 Punkte. Ja, dann schaffe ich es auf der 100. Aber zusätzlich dazu... Aktiviere ich noch meine Magnetstiefel und hoffe auf natürliche Erzvorkommen. Ich meine, das ist hier in der Nähe eines Vulkans. Ich glaube natürlich, das Erz ist nicht magnetisch aus, als es ist Magnetit. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Außerdem kommt er in der Nähe vom Vulkan, glaube ich kann nicht viel... Egal, ich mache es. Ja, selbst wenn es wäre, da hast du irgendwelchen Stein zu brauchen. 17, das reicht. Da müssen wir da gar nicht drüber sprechen. Das hätten wir uns alles sparen können. Mithilfe von Bruder Arminius, dem Seil und dem Jumppack, kannst du es dann noch rechtzeitig nach draußen schaffen, bevor ich die Explosion erreicht. Derweil landet Tordal neben Octavius und dem gewaltigen Brocken, der nach unten gestürzt ist. Bruder, was hast du dir denn für ein Steinchen ausgesucht? Ja, das ist zu groß für meinen linken Arm. Ich habe gedacht, du hilfst mir ein bisschen. Ah, komm. Der Imperator wird uns dabei unterstützen. Das ist ein kleiner Steinchen mit nach Hause zu nehmen. Ich spuck nochmal in die Servo-Hände und dann drauf da. Gut, dann bekomme ich bitte zwei Stärkenwürfe. Jetzt sind es nicht mehr grausam. Minus 40, ich gebe euch jetzt beiden Stärkenwürfe minus 20. Hängt an die Plus 20 von der Rüstung? Nö. Ja, locker geschafft. Aber sowas von... Oh, klar, sowas von... Das war knapp. Ja, ihr geht in die Knie gemeinsam, drückt und schiebt ihr und zieht und zerrt. Und dann könnt ihr den Granitbrocken über eine weitere Clipping unterstoßen und bricht dann irgendwo sicherlich 100 Meter unter euch in die Fluten. Und der Punkt, den der Geomant für euch gelegt hat, ist frei. Ja, ich platziere sofort die Bombe da und sprint weg. 30 Sekunden habt ihr noch, laut dem neuen Timer. Thomas, schnell weg da. Ja, ich renne ebenfalls los. Okay, so, rinnt ihr. Wer es nicht rechtzeitig geschafft hätte, wer hätte 8 W10 Wuchtschaden bekommen? Ich möchte bemerken, dass man das als Best Marine gut überleben kann. Das kann man überleben, ja, aber ein Mensch macht das nicht. Ja, aber da musst du echt niedrig würfeln, du. Ich meine, 21 Wunden, bloß 8 Punkte Rüstung. Ja, aber 8 W10, das können auch 80 Schaden sein. Ja, in diesem Fall wären 36 gewesen. Ja, also ich hätte das beispielsweise überlebt, weil ich hätte mich direkt danach noch heilen können. Also 36 ist noch zu machen, ja. Also bei jeder, der wir drehen einfach... Aber du, Durchschnitt ist ja 40, ne? Nee, dir kommt nicht 1, die kommen als Gesamte rein. Ja, ja, die kommen als Gesamte, du kriegst nicht mal Rüstung. Ja, dann wäre ich 7 Punkte im Negativum gewesen, das... Es kostet einem schon mal eine Gliedmaße. Nein, man kriegt ja nur halben Kritschaden als Space Marine. Ja. Also 4 Punkte. 4 Punkte gehen. Okay, Planspiel vorbei. Wir kennen, was das Zeug hält. Auf jeden Fall. Ja, ihr schafft es auf alle Fälle aus dem Radius der Explosion. Könnt allerdings hinter euch noch spüren, wie ihr dann leicht von den Beinen gehoben werdet und auch leicht gedrückt werdet. Ob ihr das mit dem Markus Geomant noch einmal besprecht, könnt ihr euch dann ja noch überlegen. Aber nach grob 15 Minuten des Spaziergangs erreicht ihr dann, ja, relativ abgekämpft, wieder den Landeplatz von eurem Thunderbird. Gemeinsam könnt ihr dort erkennen, wie der Geomant mit seinen Adepten dort steht und so etwas wie zufriedenes Klicken von sich gibt. Ihr wart erfolgreich. Die Insel ist stabilisiert. Wüsste ich es nicht besser, Margus. Würde ich euch einen Hang zum dramatischen Timing unterstellen. Kein Kommentar. So, aber die Zeit liegt nicht zu unseren Gunsten. Wir brauchen Informationen jetzt. Kommt mit mir. Wir geben eure Kalkulation ein. Rasch und präzise. Was mögt ihr wissen? Octavius, habt ihr die Koordinate? Sicher. Ich gebe sie ihm. Hoffen wir einfach mal, dass ihr sein System nicht korrumpiert. Er betrachtet sich die übermittelten Daten, lässt sie dann in die Speichern, die Kokettatoren einsummen und es dauert einige Zeit. Dann dreht er sich wieder in eure Richtung. Die Maschinengeister konnten eine Ansammlung von seltsamen Materialien feststellen, die nicht mit dem umliegenden Felsgestein am Meeresgrund übereinstimmen. Das zeigt uns wenig überraschend, Brüder, oder? Nee, es wird das genauso. Aber was heißt das jetzt genau? Eure Anfrage liegt mit dem Epizentrum der Störung in Einklang. Dies liegt im Sündergraben. Koordinaten werden übermittelt. Wir haben Grund zu der Annahme, dass dies den Vulkan und das Beben auslösen konnte. So war ich mit meiner Vermutung nicht ganz falsch. Margos, ihr habt Forschungen unter Wasser angestellt, richtig? Wir erforschen. Verfügt ihr zufälligerweise über Ausrüstungen, die uns in den Tiefen des Meeres nützlich sein könnte? Unsere Servitoren brauchen keine Luft zum Atmen. Sollten wir Verwendung dafür haben, werdet ihr bereit, uns eben jene zur Verfügung zu stellen? Die Servitoren könnt ihr behalten. Ab Dank, Margos. Ihr macht doch in Gott wahrlich Ehre. Der Druck wird auch eure Servorüstung überlasten. Wie tief ist der Graben? Mehr als 2000 Meter tief. Lasst das unsere Sorge sein. Ich fürchte, Brüder, da hat er vollkommen recht. So eine Tiefe können wir nicht überstehen. Dann werden wir uns um dieses Wasserfahrzeug bekümmern müssen. Aber eine Außenmannschaft zu haben, die in Widerigkeiten der See zu trotzen weiß, kann sich jetzt nützlich erweisen. Da muss ich euch das Gericht geben. Zumal es geologische Einheiten sind. Wir mögen eure Forschungszeit geschenkt haben, Margos. Aber dieses Planeten verrinnt unentwegt. Also werden wir jetzt unseren Abschied nehmen. Währenddessen könnt ihr noch sehen, wie aus einem der Räume zwei, drei Servitoren herauskommen, die anstatt Händen gewaltige Bohrmaschinen haben, die wohl mit Diamantspitzen versehen sind. Und mit ihren toten Augen gehen sie an Bord, eure Thunderbirds. Den wir jetzt auch am Laufschritt wieder betreten. Positiv. Ja, eure Pilotin hebt auch direkt ab. Die Stürme sind wohl nach dieser Explosion etwas größer geworden. Aber sie bedrohen zumindest den Vulkan und das Bollwerk nicht mehr. Und so hebt ihr euch wieder ab und könnt die nächsten anlaufen. Kaldir, Kalvex oder Kaldran. Haben wir jetzt eigentlich den Lord Kommandant informiert über Kaldir? Haben wir nicht. Okay. Ich denke, das erfahren wir nächstes Mal, oder? Ja, können wir auch nächstes Mal machen. Wir können jetzt noch kurz ausklammern, wo wir als nächstes hin möchten. Genau, dann machen wir das. Nicht Kaldran. Kaldran hat, glaube ich, wenig Wert für uns, denn das U-Boot ist ja jetzt schon woanders. Ja, das sehe ich auch so. Also, und ich denke auch nicht, dass wir jetzt gra... Hmm... Es ist nicht garantiert, dass das Necron Grab, nehmen wir es aber so, wie es ist, dass der Markus uns aufgespürt hat, auch wirklich der Ort ist, an den wir müssen. Nein, wir gehen halt... Also, Kalvex müssen wir auch nicht hin. Das ist erstmal safe. Haben wir den Inquisitor. Den holen wir dann ab, sobald wir fertig sind mit dem Ganzen. Außer der hat irgendwelche Informationen für uns, aber er hört sich nicht nur an, einen Zustand an, an dem er die hätte. Also, ich sehe hier zwei Schienen, die wir fahren können. Die erste, wenn die das wirklich richtig hart haben wollen, das, was in Kaldir liegt, kommen vielleicht unsere schwergepanzerten Freunde da vorbei. Ja, und das meine ich auch. Dann wäre es unter Umständen wichtig, dass wir da so schnell wie möglich auftauchen. Oder, wenn sie schon da waren und jetzt unterwegs sind, könnte es wichtiger sein, so schnell wie möglich dieses U-Boot zu besorgen, um darunter zu kommen. Und ich weiß nicht, was von beiden besser ist. Hat jemand Präferenzen? Da dieses Artefakt in Kaldir zu sein, scheint... Naja, es könnte ja sein, wir haben ja keine Kommunikation mit denen. Es könnte sein, dass wir das jetzt schon entwendet haben. Aber wir sind uns ja nicht sicher. Du hast recht, wir sind uns nicht sicher. Also, ich finde, Kaldir ist momentan garantiert ein größeres Problem, das wir lösen müssen. Wir kommen da an und sehen sie gerade noch in den Sonnenuntergang davonfliegen. Ja, das befürchte ich auch. Aber umso länger wir warten, umso wahrscheinlicher ist es auch. Das ist wahr. Der zweite Plan wäre halt, dass wir wirklich Kaldir komplett ignorieren und einfach direkt darunter tauchen. Ja, aber wenn die halt dieses Artefakt noch brauchen, um halt ihr Schlüssel dort unten rein... De facto brauchen wir das. Wir benutzen kein Artefakt, nicht. Und wenn die dann ein Riesen-Ding vielleicht noch brauchen, um da unten aufzuschließen, dann will sie einfach mehr oder weniger, naja, komm, wir machen schon mal weiter. Und die Mühe umso besser. Also ich war ja von Anfang an dafür, dass Kaldir das Primärziel wird, also der erste Anflug. Von daher bin ich auch dafür, den als Zweites anzufliegen. Hake, was denkst du? Hört sich nach Kampf an. Let's go. Okay, wenn ihr alle wollt, dann geht's nach Kaldir. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir nicht nach Kaldir. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir nicht nach Kaldir möchten, oder? Ja, ich meine, der Inquisitor... Ja, der Inquisitor hat bestimmt jeder immer coole Sachen zu erzählen, aber... Also im Prinzip, das Bollwerk Kaltran habt ihr im Prinzip auch schon abgefrühstückt, das kann ich euch so verraten. Wenn ihr da werdet, kriegt ihr halt mit, okay, die Cthulian wurde gestohlen, ihr müsst sie halt woanders holen. Klar, ich habe jetzt halt geistig Kaltran durch das Hauptquartier der Rebellen ersetzt. Genau, ja, ja, richtig. Das war aber auch für mich schon logisch, dass wir nicht mehr nach Kaldiran müssen, um... Genau, wir haben halt Kaldiran durch einen anderen Rennen im Ort ersetzt. Ja, Kaldiran macht am meisten Sinn, als letztes zu machen, wenn wir eh runterfahren. Genau. Das wäre so letzter Anschluss, aber so. Und Kallvex wäre halt nochmal interessant, vielleicht kann unser Medicus, Apothekarius, ähm... Ich glaube, dass Kallvex nur dann interessant wird, wenn wir irgendwie vor einer Wand stehen und keine Ahnung haben. Weil der Inquisitor weiß bestimmt jede Menge nützliche Dinge, aber der ist jetzt gerade nicht nützlich für uns. Das Lustige ist ja, eigentlich wisst ihr ja gar nicht, dass es der Inquisitor ist, das ist jetzt ja nur wegen Octavius. Das ist ja eigentlich so. Das war so eine brillante Idee, Junge. Jedenfalls, der sitzt da sicher und warm, der hat ein Deckchen um und einen Kaffee in der Hand. Dem passiert nichts. Der kann das so machen lesen. Eigentlich sollten wir das auch gar nicht wissen, oder wie, einfach einmal davon hören und... Ich garantiere dir, das Abenteuer hat nicht vorgesehen, dass wir die alle erst einmal antelefonieren. Ja, überhaupt nicht. Da haben wir das Abenteuer wieder ein Stückchen geschlagen. Aber wie gesagt, ich könnte mir trotzdem gut vorstellen, dass man ihn vielleicht mit, ja, richtigen Mitteln wieder so ein bisschen klar kriegt, dass er uns Tipps von da unten geben könnte oder Vorwarnungen geben könnte. Ja, aber eine von vier Stationen abklappern, um Tipps zu kriegen, nein. Nein, also wie gesagt, meines Erachtens, Kaldex brauchen wir wirklich, meines Erachtens brauchen wir Kaldex nicht. Ich richtig, ich denke, es ist wichtiger, dass wir erst da runterkommen und was auch immer die Säcke vorhaben, äh, kaputthauen. Ja, aber wie gesagt, ich finde jetzt Kaldex trotzdem als erstes richtig, weil wenn Sie wirklich nur noch diesen Schlüssel brauchen, der vielleicht wirklich noch hinter der Mauer liegt und wir Sie davon abhalten können, dass Sie den Schlüssel erhalten. Andererseits hat der Kötzer ja gesagt, Sie hätten den Schlüssel schon. Oder vielleicht meinte er damit nur, Sie wissen, wo der Schlüssel ist. Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich mir nicht, und wenn wir Sie davon aufbewahren haben, haben wir schon mal einen Vorteil, eventuell nicht gegen so Blechstufen kämpfen zu müssen. Da habe ich echt keinen Bock zu. Ja, deswegen, also lieber die Schlüssel gucken und sichern und dann da runterfahren, also in der, und wenn wir da unsere Marinefreunde treffen, dann brauchen wir eh nicht mehr da runter. Ja. Ja, ansonsten, ansonsten, ja, deswegen nehmen wir das U-Boot. Und deswegen bin ich auch relativ froh, dass wir diese da unter See Servitoren haben, denn wenn wir irgendwie festhängen, oder... Ich befürchte nur, ich befürchte halt nur so meine Erfahrung von Abenteuern. Wir kommen da an, wie du schon sagst, die sind gerade weg. Oder vielleicht haben wir die da vorne und müssen dann trotzdem da runter und dürfen dann unter Wasser... Wie meinst du in Kaldir? Ja, das wird garantiert passieren. Dann dürfen wir unten unter Wasser noch in die Stadt rein. Aber als dann so betrachtet, ist es dann ja auch egal, ob wir erst nach Kaldir gehen oder hinterher, so, dann machen wir es erst. Dann haben wir erst Kaldir, dann haben wir das hinter uns.